Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zum vierzehnten Rennen der Meisterschaft in GTA steht an in GTA natürlich Popel hat es schon erwähnt der Mann ist leider noch nicht dabei wir hatten er hat leichte Verbindungsprobleme aber die werden wir hoffentlich jetzt mit einem kleinen Track um Gehen um Gehen oh Gehen ja leider muss in dem Fall zusammen die niedrigste Punkt soll bekommen nämlich einen Punkt des Hauses 2 2 den Sonnen im Prinzip von ihm verhaut aber gut man kriegt doch eh nicht mehr Punkte als einen Punkt also von daher fällt es ja gar nicht ein Torsten nicht mehr nachher in die Lobby das ist das ist der Mehrpunkt das was bekommen würde ja richtig der ansonsten bekommt der Mann 0 weil er immer so viel rammt ja und unverfährt Thorsten nicht kommt du nachher in die Lobby alles klar ich bin da ach man ey das ist doch alles nur Schärm ne so und wenn es jetzt in der ersten Kurve noch Grammel gibt uns hat es eindeutig alles schlecht weil das ist eine ziemlich breite Straße ne Krimke darf ich dir was sagen warte ihr habt gerade gestartet wa ja ja gar nicht startet Einladung ist weg ne oder oh man oh man es gibt in der ersten Kurve Grammel das gibt es ja wohl nicht ich hab das ähm verkehrs an ne ja verkehrs an ja verkehrs an ja verkehrs an na oh Gott also das wird jetzt ein Gerammel vom feinsten Träume oh Gott nein 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 oh Noss oh Gott das gab es ja wohl nicht ich bin jetzt jetzt bin ich letzter jawohl oh oh der ganze Verkehr hier ist super schlimm oh Alter der Verkehr ist so schlimm in der Kurve oh Gott also jetzt ist wirklich alles offen würde ich sagen es tut mir gerade so unendlich leid ne tut sie gar nicht das war dein Fies so schlimm hier steht auch in der Kurve pass auf ach du scheiße alter die Fringe alle ich hoffe ich kann euch scheuen ganz ehrlich ja das habe ich jetzt einmal auf bitte 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 nicht drehen man ja versuch einfach mal mir so beizutreten dass die über Freundesliste nein nicht den Berg runter gerade beim Ossai probier da funktioniert es nicht wahrscheinlich war das gar nicht oh ok tut mir leid ich freue ich weiß wirklich nicht oh Alter oh Gott oh Alter sorry oh sorry oh Gott sorry oh Gott sorry oh Gott das konnte das war jetzt so aber ich konnte mal oh Alter wer ist nie abgeflogen oh Alter ich hab jetzt graff ich gar nicht wie leid man das geflogen hat oder oh Gott es tut mir leid Chris ich hab nichts gesehen oh Gott passiert wenn man wenn man runterfährt die Berge dann ist man echt nix man für mich ist es nicht so schlimm wie zu sich das erste mit testen mit Verkehr aber oh Gott Alter was geht hier ab guten Tag noch du bist du mir leid nee nee du kannst dicken Eios Alter bleib da oben bleib da oben bleib da oben ah nee das ist Fabi ich dachte es wäre Eios ja die haben beide beide Green nein oh Gott Alter bin ich abgeflohen ich kann mir grad so gut vorstellen der Deal ist aber vorverständlich ja das ist krass ja den Autos ist krass ey also vielleicht stelle ich die Kurve durch und auf einmal stelle ein Auto ey ja da das zum Beispiel scheiße und dann werden Autos gerammt und die liegen dann auf dem Kopf und liegen mitten auf der Strecke und du kannst einfach nix machen ey Alter bei dem Rennen weißt du wo die Strafe die so viel zu eng sind da ist es natürlich top ja ist sehr sehr gut das tut mir gleichzeitig leid aber andererseits finde ich es wieder so witzig ja das war mir klar so als erster Platz würde ich es ich finde es auch gut es ist aber schon eigentlich ja eigentlich schon aber wir wollten ja eigentlich ne Bergmeisterschaft fahren und davon ja auch nicht einfach so viele Erdnirn das sind alles Hooligans ne ach so oh Gott das ist ja aber schlimm in Weidenwurthilz ah gut ist der Osten ne Lohn nein ich komme selber auf den Osten-Osten-Freunde äh ganz gut bei dir das ist auch scheiße ich werde jetzt alle im TS also alle im Let's Play zu hören das ist nur auf den Markt für Kieler ja Drix und Wilms was aber ich bin es gelandet nein ich hab dich Dreckshure genannt ach so dann Dennis gut ja wusste ich auch nicht öfters was Alter Fabi was machst du da oben Fabi wollte grad mal ein bisschen wall white machen okay aber gerne alter wie das abgeht wie Schmitz Katze ne ja Alter wie die alle nur rumstehen ja alter ja Larissa es tut mir leid Poto es tut mir leid ja die die standen quer auf der Straße ja das ist geil und ich komme da mit Fullspeed an ja da machst du nicht mehr mit der Bremse ich bin ein Arschloch ja das bist du oh Gott ey Gegenverkehr hallo ja hallo Hallöchen hallo Bobel wum Fabi das war geil Alter oh Junge oh Gott steht ne Auto in der Kurve schon wieder echt wohin äh einer ach die ja weiß ich weiß ich Bescheid das ist eigentlich ein Ventil heute das ist nur unten im Grafen ach in der Kurve ich hab's gesehen alles klar ja und dann in noch einer Kurve später kommt nochmal ein Auto Gott ich fahr'n gleich das Weinen auf ein Loch oh fuck was so du kannst es überholen so jetzt sind wir gerne wie die vor dem Band stehen die Autos sind so witzig ja aber sie stehen dann so ja ich müsste hier fahren durch ich glaube ich muss ich glaube ich muss mal hupen vielleicht geht das dann höchste sind hier er bei der Bekaufung steht auch in einer was auf oh stimmt danke Wilms ich habe mich nicht schon gleich in der Mitte da damit ja aber tatsächlich ja bei Wurzbeck auf geht da steht ein und das ist es gerade das würde mich jetzt auch mal interessieren wem es da abgeschossen hat vor allem der steht aber schon seit drunen ach so ich bin hier runter aufsteigen kannst du nicht ja oder das muss kein Bock mehr aus dem Rennen ausgestiegen ach so vielleicht auch ein technisches Problem ja ach nee der ist einfach nur angepisst oder so weil es ist mein Verkehr anders hallo ich will es immer noch aufs technische Problem schieben das ist der Tilo ach der Tilo ist es hallo Wilms wuuh durchgesneakht ja ich stelle mich einfach hin und und beobachtest von mir ja ich stelle mich einfach hin und jeder darf mir watschen gehen auf gut österreichisch watschen was ist ein watschen wie sprechen in Deutschland heißt das eine Backpfeife oder so ach so alles klar was los Wilms du wolltest gerade anfangen passt nicht wenn ich das weg ran würde sehr unfair dann wärst du sauer oder nach würde ich jetzt nicht so sagen ihr seid ja in einem Team ich wär angepisst ja ich würde dich hassen ich würde dich hassen du hast nicht gut wie es ist ein krampig du hast nicht gut wie es ein krampig du hast nicht gut wie es ein krampig was bitte ich finde es immer nur so geil wie wie der Tilo einfach unten steht ach so oh ja ich kann mir auch schon blochen ganz der chillt da einfach der findet es unten bequem der hat seine Base gefunden der hat seine Base gefunden der hat seine Base gefunden der chillt seine Basis ey aber ich muss sagen der Verkehr der hat was der macht es noch ein bisschen spannender ja ja oh Gott sorry Chris es tut mir leid Chris es tut mir leid bitte verzeih mir ja 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 wir sind eigentlich alle hoch die eine Gruppe sind ein ganzes Autos verkaufen immer mehr durch ja genau da da war ich auch grad da bin ich in Schleudern komm und dann hab ich den Chris gerammt ja war zu ihm ja ohne Witz stimmt später nicht mehr als Sitzung zu ich komme ich nicht rein ich komme nicht rein ach du scheiße Mann was los mit deinem Internet was hast du gemacht warst du unfair zu deinem Internet oder so ja ich hab als Fünfter beendet ich bin äh erstaunt scheiße überraschend was Puppe welcher Platz welchen Platz hast du du äh ich bin äh sagen wir mal so immerhin älfter Platz Chris ja Chris ja hallo ich bin der Chris ja ja will ich jetzt nach so mega freundlich so ja ich hab's Mikro ausgemacht ist vielleicht besser so ja ah alles klar okay du wolltest das nicht hören was ich dich grad alles genannt hab mein Freund ja ach so ein netter cooler Typ ja das weiß ich doch schon und Tosni kein Thema ne wie gerade eben es tut mir leid oh man ja du warst da du 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 kamst ja grad wieder raus aus dem Dickicht ja wolltest grad wieder auf die Straße fahren und ich nehm dich voll mit dann schick dich wieder ja mich hat den PC voll aufm Felsen geschoben Alter ich war mit einem vier Reifen in der Luft und da war ich endlich wieder unten ich war also froh dass ich wieder irgendjemand der Boden unter den Reifen hatte und auf einmal kommt ja an Wumms und kam ich noch rein Ohm King hat verlassen nein er ist auch ausgeflogen oh nicht im Ernst doch was jetzt jetzt das jetzt oh Gott nein weil ausgeteilt ist also ein ausgeteilt alles klar ich würde sagen wir machen hier nochmal ein Päuschen ja vielen Dank fürs zuschauen hau da rein wir haben hier leichte Probleme bis denne bis zum nächsten Mal